Hallo! Super! Was ist los? DJ! Ja, das ist dein Poster, oder? Hörst du nicht zu? Ja, was ist denn? Wir fangen aber hier Beifahrer! Musik! Du kannst doch auf links, nur du kannst, Thomas. Kannst doch auf. Ja, kannst doch auf mir gehen. Die hätten aber 90 aufgereicht. Ja, ich darf schon das Regalum machen. Ich hätte mal nicht mitnehmen können, die Dame. Die Halterung ist echt goldwärts. Das ist geil. Ich hab sogar Lust schocken zu gehen jetzt. Wie kommt man dann zurück? Äh, so swipen. Musik! 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 Ja, du musst in diese Compilation-Cities schauen. Mox-Files oder Mox-Files. Ich liebe Elektronika und Autumn-Dance. Wie viele hier joggen wahnsinnig. Amerika! Joggen doch nicht, oder? Die Koffe macht weg. Musik! 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 Das nervt mich auch. Musik! Das nervt mich auch. Musik! 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 Alter! Der hat halt jetzt überhaupt nicht seine Augen aufgemacht, der Homo. Das ist ein alter Sucker. Ja, ich muss mal suchen lernen hier. Musik! Alter, so ein Assi, Mann! Aber ich sag' nicht, also, zu allen von euch, ne? Also, ihr müsst hier beim Autofahrt immer die Augen aufmachen. Ja, ja. Weil die machen, was die wollen. Ja. Das haben wir schon gemerkt. Ohhhh! Alter, jetzt hörst du doch jetzt mal auf und kommen! Das war fast der Kindergarten-Klasse. Das war jetzt echt gay, sorry. Was? love, cool, cool! Hah! 25 Speetlimit! Ja, 25 Speetlimit! Viecherin mit der Wintermützen! Die laufen doch alle weg, das ist doch kein Joggen, lass es mal erzählen. Jetzt hab ich ja die Jogging-Schule nicht heimgeschickt. Er ist aber super bequem. Mir ist mal passiert, dass mir der Bildschirm umgefallen ist, bis ich zeigte, dass man mit zwei Fingern so drehen kann. Und zu diesem Schloss müssen wir vielleicht noch. Schau mal nach, ob du was findest, was das ist. Das ist ein weißes Schloss. Da kommt das Lied nochmal. Tu mal was anderes, ja? Ich bin so... Hallo? Scheiße, ich bin hässlich im Rucksack. Boah, ich bin hässlich. Fuck. Der Rucksack. Der Rucksack von der. Der Rucksack von der. Ich kenne die meiste Musik, das machen wir überhaupt nicht. Von mir selbst. Ja. Ich lade immer nur das runter, was halt viele laden. Oder einfach mal Jean de Electro House. Ich lade immer noch wieder. Ich lade immer noch mal. Ich lade immer noch mal. Gestern habe ich gesagt, steil da ist dieser Kifferbildschirm. Ja, ja, wisse aber wirklich. Schau, das war die. Ach, hier sind die Ampeln auch gleich. Direkt. Lady? Ich lade mich. Ich lade mich. Was? Das war meistens. Ich lade mich. Ich lade mich. Ich lade mich. Das war meistens. Ich habe die letzte Händchen, aber auch schon mitgebracht. Ja, ja. Wie producent hast du? Wie producent hast du? Wie producent hast du? Weil mein Akku ist bei dem nicht so weit, er macht es gar verkehrt. Ich kann das einfach so, wenn ich den Kopf mit schräg'n rankommen. Und das er dann als nächstes kommt, wie das. Wie meinst du? Ich habe ihn nicht gekocht mit schräg'n. Nee nee nee. Das kommt von dir nicht. Oder doch, man kann solche on-the-go-listen machen. aber ich hab's noch nie benutzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, sieht cool aus. Rechts auch, dieser Steg. Das ist ein bisschen vor dem Reichen. Ja. Samson Beach, nee. Oder Long Beach? Alter, der fährt mit vegetable oil. Glaubst du, der Steg? Wer ist denn der Beach? South Beach? Ich glaube, dass wir South Beach fahren. Hat sie über eine Brücke gefahren? Ja. Ja, ist so. Ich hab auch wieder gewohnt. Wir haben eine Brücke. Der ist hart. Wir haben hier von der Brücke. Ja, da sind sie nicht. 5,99 Euro im Fetzer. Das ist doch besser im Level. Ja. Die hatten ja in letzter Zeit gar keinen Kaffee mehr. Weil die ihnen das Wasser ausgegangen sind. Das ist wirklich hoch. Schlecht? Wie jeder Kunde kam halt rein. Was ist denn hier los mit dem Kaffee? Continue 1.4 miles to Segway of Pacific Beach online. Mach mal Fotos. Egal, keine Wahl. Von hier. Ich widme das mega. Ja. Kunzen für dich du auf der Zeug. Was ist denn das? Das ist gar nicht. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist so crazy. Ja, das ist so crazy. Ja. Ich meine Schlauchboot raus oder doch vorbei. Ja. Ich meine Schlauchboot raus oder doch vorbei. Keine Metapher. Ach so. Einfach mal auf die Strasse in Stockschild gegangen. Always. Always Stefan. Sehr gut, war wirklich. Vor allem mit Stockschild. Ja, ja. Das ist aber in Deutschland genauso. Da wirst du umbracht, wenn du das nicht beachtest. Und vor allem, wenn du dann im Verkehr noch gefährdest, ist es noch schlimmer. Was sind das für gelbe Linien? Tram? Ja, ja, ich weiß auch noch Spaß. Warnrede oder das? Aber der überlebste Netland in einer Mitte. Wer irgendein Penner räumt sich weg. Ich dachte, wir haben so einen Schuh her. Fuel Economy 21.4 Nimm dir ein Beispiel an Donald Trump. Wichtiger ist halt, was wir dann auf die Osten schränken. Ja. Deinen Einsatz gibst du den nach oben. Ja. Da ist auch scheiße, wenn man ein bisschen drauf drückt. Dann will ich halt eigentlich nur ein bisschen schneller vorankommen. Und nicht, dass er gleich runterschaltet in den ersten Gang und Terror macht. Man kann auch mal neu schalten. Zumindest begrenzt. Mit Profit Welt. Day. Oh. Sonst fällst du aus wie sie. Oh, da fahren wir mal da. Da ist Beach. Wenn es... Da ist da gerade schon gestanden. Was? Ehrlich? Wo? Glück. Ist mir extra stehen geblieben. Okay. Hat sich zum Glück durchgewunken. Und dann... Ja, ich darf mich jetzt noch auf die Beaches konzentrieren. Aber hab ja alles auf Video. Das reicht mal wieder lange.